Immobilien-Startup-Podcast Folge 5 Der Flip-Deal Eine spannende Möglichkeit, um sich schnell Eigenkapital aufzubauen. Das heutige Thema ist eine Strategie, die durchaus auch für Anfänger eine gute Möglichkeit ist, um schnell an Eigenkapital zu kommen. Denn wenn du einen super Zugang zu einer Immobilie hast, wenn du eine Immobilie zu einem wirklich überraschend niedrigen Preis einkaufen kannst, die Möglichkeit gibt es. Zwei Sachen, die mir sofort einfallen, sind zum Beispiel Bauträger. Wenn Bauträger ihre Objekte fertig haben, verkaufen sie manchmal die Tiefgaragen-Stellplätze oder die Stellplätze am Block. Das heißt, du kannst eine größere Anzahl an Stellflächen kaufen und diese dann wieder einzeln verkaufen. Dadurch, dass der Bauträger hier ein gesteigertes Interesse hat, die letzten Stellplätze wegzubekommen, weil dann erst deine Gewährleistung beginnt, wird er dir sicher einen guten Preis bieten, zu denen du die Stellplätze kaufen kannst. Die Vermietung dieser Stellplätze ist eine Option, die andere Option ist, verkauf doch allen anderen Eigentümern im Haus den einen oder anderen Stellplatz oder schreib in der Nachbarschaft die Stellplätze aus, du wirst sicherlich einen Käufer finden, gerade dann, wenn dein Einstiegspreis niedrig war und du nicht den letzten Euro mitnehmen musst, sondern es dir eher darum geht, die Objekte schnell wieder abzuverkaufen. Die zweite Möglichkeit, die ich sofort im Kopf habe, ist ein günstiger Zugang zu Immobilien aus Zwangsversteigerungen. Obwohl ich hier in einem Mikrofon spreche und ich dich noch nicht hören kann, wir also eine eigenseitige Kommunikation haben, höre ich die Profis jetzt schon laut rufen, die Zeit ist vorbei. Generell stimmt das in Städten, in guten Lagen, bei den Amtsgerichten, in Mittelstädten oder auch in großen Städten, bei spannenden Objekten so brechend voll, dass viele Mitbieter keinen Platz mehr in den Räumen finden. Auch die Preise kann man mittlerweile schon als Mondpreise bezeichnen, weil hier durchaus viele Eigennutzer mitsteigern, denen die Lage gefällt, das Objekt gefällt und die wirklich jeden Preis zahlen, nur um den Mondraum nutzen zu. Profis kaufen aber trotzdem bei Zwangsversteigerungen, dann hier sicherlich irgendwo im Umland, in kleineren Städten, in Amtsgerichten, die nicht so überlaufen sind, nicht so beliebt sind, wo die Lagen nicht ganz so spannend sind. Für dieses Thema habe ich einen absoluten Profi. Hier kannst du dich schon auf ein Interview freuen, was ich im Zuge dieses Podcasts halten werde. An dieser Stelle schon mal ganz lieben Gruß an dich, Thorsten. Ich freue mich auf unser Gespräch. Also nochmal zusammengefasst, du kannst mit einem Flippen, wenn du an die Immobilie gut rankommst, günstig rankommst, vielleicht über einen privaten Kontakt, Off-Market oder Glück hast, ein größeres Parkplatz-Paket zu kaufen, wäre das Flippen eine wirkliche Option, gerade wenn du weißt, wo die Immobilie platzieren kannst. Aber nicht nur der günstige Einstiegspreis macht einen Flip-Deal spannend. Stell dir mal folgendes vor, du hast schon einen Kunden für ein Objekt, für eine Immobilie, auf die du Zugriff hast, die du kaufen kannst. Du weißt, in einer Zukunft wird dieser Kunde von mir folgendes Objekt kaufen. Du hast heute schon die Möglichkeit, das selbst zu kaufen und bietest ihm das dann nach kurzer Zeit an. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Geschmäckle haben, denn wenn zum Beispiel die Situation so ist, dass dein Kunde jetzt nicht kaufen kann, weil er aktuell sich gerade von einer Immobilie trennt, du aber schon weißt, sobald er diesen Verkauf abgeschlossen hat und sein Geld hat, er das nächste Objekt kaufen möchte und du jetzt die Möglichkeit hast, ihm das schon zu beschaffen und es für ihn aufzubereiten, vorzuhalten, dann kann das eine ganz spannende Geschichte sein. Schon mit Ankauf weißt du, wo das Objekt hingeht. Das sollte beim Flip-Deal sowieso generell eine Maxime sein. Es geht darum, ein Objekt kurzfristig zu drehen. Das muss jetzt nicht binnen Jahresfrist sein, aber kurzfristig. Das bedeutet auch nicht, das Objekt jetzt zehn Jahre zu halten. Und du kennst in der Regel, oder du solltest in der Regel deinen Käufer jetzt schon kennen für das Objekt, beziehungsweise wissen, wo du ihn findest. Du solltest jetzt schon wissen, zu welchem Preis du verkaufen kannst, wie hoch deine Marge in dem Deal ist. Nicht selten ging es mir in der Praxis so, dass wir ein Objekt dreimal verkauft haben. Da geht es meistens um unsanierte Häuser. Dann ist zwischendurch eine Planung entstanden, noch eine neue Planung entstanden. Der Preis hat sich immer verdoppelt, verandert, halbfacht. Und erst der letzte hat dann wirklich angefangen, das Objekt zu sanieren und den Wohnraum darin zu schaffen. Der Grund hierfür ist einfach, dass der neue Käufer einen ganz anderen Zugang zu einer ganz anderen Kundenklientel hatte, dem er es dann angeboten hat. Und der neue Käufer hat einfach in seinem Arbeitsalltag, in seiner Praxis überhaupt nicht diese kleinteilische Suche und auch nicht die Zeit wahrscheinlich, sich damit auseinanderzusetzen, irgendwo günstige Objekte herzubekommen, sondern lässt die sich zutragen in dem Moment. Ist eine Strategie, die funktionieren kann, hab sie bitte vor Augen. Vor allem ist das eine Strategie, die auch mit günstigen Immobilien funktioniert, die mit wenig Kapitaleinsatz funktioniert. Im besten Fall kaufst du Flip-Objekte wirklich bar, ohne große Finanzierung und steigerst damit dein Eigenkapital. Wenn dir die erste halbe Million für das Mehrfamilienhaus fehlt, dann arbeite dich langsam darauf hin. Fang mit Garagen an, fang mit Stellplätzen an. Die kannst du vielleicht schon heute bar kaufen. Eine andere Alternative ist, dass du dir in der Familie, Family & Friends oder bei einem Geschäftspartner das benötigste Kleingeld kurzfristig durchaus auch zu höheren Zinsen leist, weil du aber jetzt schon weißt, an wen du das verkaufst, wann du es verkaufst und diese Zinsen, dieser gesteigerte Zinsaufwand, allemal sich bezahlt macht. Ich wünsche dir viel Erfolg, offene Ohren und Augen, gute Deals und bestmögliche Investments. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich bin für heute im Aus. Soweit zum Podcast. Danke, dass du dabei warst. Ich freue mich, dich auch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. In der Zwischenzeit kannst du mehr über den Podcast erfahren auf der Facebook-Page. Hier liest du mehr zu den neuen Themen der Sendung, zu dem nächsten Interviewpartner und natürlich würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes verletzt. Gerne auch mit Rezessionen. Vergiss bitte auch nicht, den Podcast weiterzuleiten und die alten Folgen auf der Homepage zu checken. Schön, dass du da warst. Auf bald, dir die besten Investments. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020